Musik Inzwischen ist es fast Mitternacht. Penniston und Burroughs haben gerade angekündigt, dass sie jetzt noch zur Militärbasis fahren wollen. Dorthin, wo vor 30 Jahren alles begann. Eine riesige Autokolonne setzt sich in Gang. Wieder zurück im Rendlesham Forest. Es scheint, als hätte sich das gesamte Publikum der Woodbridge Community Hall hier versammelt. Hunderte Menschen mitten in der Nacht auf einem eisigen Parkplatz neben der Militärstation. Und es kommen noch mehr. Unter den Besuchern ist jetzt noch ein weiteres Fernsehteam, diesmal vom Discovery Channel. Auch sie hoffen, heute Nacht endlich Klarheit darüber zu erlangen, was vor 30 Jahren hier geschah. Können wir Ihnen auf dem Weg einige Fragen stellen? Ja klar, kein Problem. Und können wir Ihnen noch Funk-Mikros anstecken? Nein. Ist das andere Team denn auch hier? Ja. Wo ist Jim? 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 Also Leute, seid mal kurz still. Wollen wir mal dort runter zum Osttor gehen, wo alles angefangen hat? Na dann los, wir laufen euch hinterher. Seid vorsichtig und wer eine Taschenlampe hat, geht voran. Okay. Beantächtig, okay? So get some people up front with the flashlights, okay? Wilson. Action strategy, what do you think? While we're walking. Do something. We think about back to the other way. This is gonna be a mess. Nach ein paar hundert Metern taucht ein Eisentor auf. Ist das vielleicht das Eastgate, wo alles begann? Das eigentliche Tor kann man von hier aus gar nicht sehen. Das war dort drüben. Es war nur 1,20 Meter hoch und wurde regelmäßig geprüft. John would make sure, that the sling gates and that. Es wurde eigentlich nur bei Nacht für die Wachmannschaften geöffnet. Und all diese Bäume dort waren früher nicht da. Oh, sorry, I'm so sorry. Over on this side over here we had clear zones. Wir hatten auf beiden Seiten eine freie Sicherheitszone. Die war ungefähr 60 Meter breit. So konnten wir Eindringlinge einfach entdecken. Denn manchmal kamen neugierige Briten vorbei und haben sich die Flugzeugkennungen aufgeschrieben. Das war gar nicht gut für die, denn sie wurden oft mit der M16 niedergeschlagen. Ja, ich weiß, das war gar nicht gut. Also, fängst du an? Schaut euch die Basis an. Außer, dass sie jetzt nicht erleuchtet ist, war es in dieser Nacht genauso wie jetzt. Seid mal kurz leise. Hört ihr, wie still es ist? Glaubt ihr, dass wir hier keinen Hubschrauber gehört hätten? Also, es war sehr still in dieser Weihnachtsnacht. Hier war gar nichts los. Und wir hatten Langeweile. Ich war schon fast zwei Jahre hier gewesen und mein Vorgesetzter war gerade erst neu im Amt. So gegen 2.30 Uhr morgens um drei rief er mich für einen Rundgang an. Sergeant Stephens. Und als wir dann die Straße hier heruntergingen, sagte er zu mir, schau mal, was ist denn das dort am Himmel über den Bäumen? Was zum Teufel ist das? Er fragte, du bist doch schon länger hier, hast du sowas schon mal gesehen? Aber sowas Seltsames hatte ich noch nie gesehen. Ehrlich gesagt, haben wir da die erste Regel gebrochen. Er hat gefragt, was würdest du jetzt machen? Und ich wollte mir das natürlich anschauen. Ich sagte, da draußen ist was, wir müssen uns das anschauen. Also fuhren wir durch das offene Tor die Straße herunter und bogen dann rechts ab. Und dort schwankte irgendwas zwischen den Bäumen hoch und runter, vor und zurück. Es waren große, weiße und rote Lichter. Als ich aus dem Wagen sprang, fühlte sich die Luft an wie statisch geladen. Das war echt irre, wie sich das anfühlte. Wir schauten uns nur an und wussten, dass das Ärger geben würde. Wenn jetzt was passieren würde, wie sollten wir dann erklären, dass wir die Basis verlassen hatten? Also sind wir schnell zurückgerast zum Tor. Ich weiß noch, wie wir uns gesagt haben, vielleicht sollten wir das besser nicht melden. Aber dann haben wir es getan, weil da einfach irgendetwas nicht stimmte. Ich habe also bei der zentralen Sicherheitskontrolle angerufen und gesagt, da ist irgendwas, Leute, ihr müsst hier jemanden herschicken, der das überprüft. Also setzte der von der Sicherheitskontrolle einen Funkspruch ab. Sicherheitskontrolle? Befolgen Sie Code 2 am Osttor. Wir haben eine UFO-Sichtung. Wir waren spät auf in dieser Nacht. Wegen der Weihnachtsfeiertage waren wir 24 Stunden im Dienst. Ich sitze also gerade vor meinem Frühstück und quatsche mit einem britischen Soldaten. Und da kriege ich diesen Funkspruch. Sicherheitskontrolle, wir haben hier ein UFO. Ich ziehe mein Funkgerät raus und sage, können Sie das wiederholen? Und er, rufen Sie diese Abteilung an. Am Telefon sagte er dann, die Wachmänner 4 und 5 haben ein Problem am Osttor und werden Sie vor Ort informieren. Rufen Sie Code 2 aus. Okay, das ist kein Problem. Go Code 2. Code 2? Da musste schon was Ernstes sein, denn bei Code 2 werden die Alarmleuchten eingeschaltet, ohne Sirenen. Und bei Code 2, da fahre ich schon mal 120 Kilometer pro Stunde. Code 2 für mich ist, you know, around 75, 80 miles an hour. Ich bin also hierher gerast und Burroughs und Steffens stehen da drüben. Und ich frage, was zum Teufel ist hier los? Und er, schau mal dort drüben. Und ich, scheiße, habt ihr gehört, wie das abgestürzt ist? Und er, nein, das ist gelandet. Ist das ein Hubschrauber? Nein, Jim, das ist kein Hubschrauber, es ist gelandet. John! John! Wir müssen dort einfach hin. Ich gehe also zurück zum Häuschen und greife zum Telefon, weil ich das nicht über Funk machen sollte. Und ich melde, da ist irgendetwas vor dem Osttor, wahrscheinlich ein Feuer oder sowas. Habt ihr da vielleicht einen Funkkontakt zu einem Flugzeug gehabt? Und der Controller sagt, guckt euch das besser mal an. Und er fragt, Jim, hast du deine Crash-Ausrüstung dabei? Dein Gitternetz? Und ich gehe mein Inventar durch. Ja, hab ich alles. Und er, okay, sobald ihr die Genehmigung zum Verlassen der Basis habt, müsst ihr los und einen Kontrollpunkt errichten. Aber im Gegenwind, falls dort chemische Waffen sind, und du brauchst zwei Wachleute. Also schnappte ich mir einen Sicherheitstypen und John, weil er gerade verfügbar war. Eigentlich wollte ich Steffens mitnehmen, aber der sagte, auf keinen Fall. Aber John war einverstanden, also nahm ich ihn mit. Wir bekamen dann endlich die Genehmigung zum Verlassen der Basis mit Airman Burroughs und Airman Kabansack. Ich glaube, ich habe ihnen die Waffen gelassen. Eigentlich durften wir die nicht mit rausnehmen. Wir mussten aber die M16 dalassen. Das wäre zu offensichtlich gewesen, weil die Briten hatten sowas nicht. Wir steigen also ins Auto und rasen diese Straße dort runter. Da hinten bogen wir dann rechts ab und nahmen die Abkürzung, den Waldweg dort. Und währenddessen halte ich Funkkontakt. Sicherheitskontrolle meldet, Zaun okay. Wir hatten damals immer solche doofen Kurzmeldungen abgesetzt. Sicherheit okay, Zaun Sicherheit okay, Baum okay. Irgendwann mussten wir anhalten, weil die Straße immer holpriger wurde. Also gingen wir zu Fuß weiter zu dem Licht. Und ich, Sicherheitskontrolle meldet, Sicherheit okay, Straße. Und dann haben sie mich gefragt, wo es sich genau befindet, in welchem Vektor, in welcher Richtung. Und ich sage, die Richtung kann ich ihnen auch nicht sagen, es bewegt sich ja. Und die, was meinst du damit? Sie hielten das ja auch für einen Absturz. Erkläre das. Und ich, das kann ich nicht. Wir hatten es also schon dort mit etwas Unerklärlichem zu tun. Und der Befehlsstand hat uns rausgeschickt, um das zu prüfen. Das war also kein Herumblödeln oder sowas. Und das war bestimmt auch kein Hubschrauber. Wir haben da etwas Reales und Schnelles gesehen und sind darauf zugelaufen. Wir hatten einfach gar keine Ahnung, was das war. Wir hatten keine Angst, das war ganz normal für uns. Es hätte ja auch sein können, dass dort Leichen herumliegen, wenn ein Flugzeug abgestürzt wäre. So ist das nun mal. Gibt es Fragen? Wie war das mit der statisch geladenen Luft? Wie fühlte sich das an? Es war so ein Kribbeln an den Haaren, am Rücken und an den Schultern. Das haben wir beide gespürt. So wie Hochspannung? Genau. Das haben wir erst gespürt, als wir ausgestiegen sind. Da dachte ich, nichts wie weg hier. Mit sowas rechnet man doch eigentlich nicht im Wald, oder? Nein. Also, wir laufen jetzt diese Straße wieder zurück und biegen dort nach rechts ab. Da ist ein Waldweg, den seht ihr schon, wenn ihr da seid. Eines ist mir inzwischen klar, diese Männer scherzen nicht. Mit den vielen Details, die sie schildern, wirkt ihre Geschichte auf mich ziemlich glaubhaft. Und bei all den vielen Soldaten, die damals auch dabei waren, kann ich mir kaum vorstellen, dass Burroughs und Penison uns auf den Arm nehmen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Landestelle ist ja gar nicht so weit entfernt. Die Landestelle ist ja gar nicht so weit entfernt.